Einen wundervollen hier so bei mir und bei euch natürlich auch einen wundervollen schönen guten Nachmittag Nachmittag ja willkommen hier bei Hederinge online wo auch sonst Und warum mach ich Holz aufspüren nein wir wollen das aufspüren und wir stecken immer noch mal und dann diesmal sind wir wieder alleine wir haben aber schon viel gemacht Wir müssen das hier aber noch machen so jetzt beenden Zack ist läuft nämlich immer noch das jubileum ist fest wo ist es eigentlich da zehn münzen haben wir bisher sind wenig schildmünzen ist auch nicht sonderlich viel Und was ich bekommen habe ich hier hobbit geschenke ausgepackt hier ist über dem geschenk kästchen ach das noch mehr hiervon und Karte nach brie Eine karte nach brie 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 so augenland lass mich mal gucken Wo bin ich warum sind die so viele also aufgaben im augenland höfe krauthof des alten odo Und dann drei alles klar Mal gucken auf karte und muss ich den hier hin hier ist mischel se binge mischel se binge Renovierung der war irgendwo hier der vom alten odo da reite ich jetzt hin auch wenn ich da nicht gerade im moment hin muss aber das ist mir egal Ich will das nämlich endlich mal hier ich will in dieser aufnahme session das online abschließen Was glaube ich Machbar ist Ich denke es ist machbar Aber es wird schwierig Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich warum wird das schwierig das werde ich euch gleich sagen können muss ich da oben hin ich suche doch diesen hoch hier von dem anderen typen irgendwo hier sein müsste Achso das war da irgendwo bei froschmorsch städten naja ich habe gesagt ich habe mir gerade gedacht her hier ist doch ein haus Hier ist doch ein hof das ist aber gar kein hof hier ist die medelbühne da ich habe nur einen 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 hier oder Er ist der ja hüttlicher Das ist jemand anders Grünbergland so hier sind jede menge mücken da war schon mal nicht lang Die brüllkröten Brüllkröten oder brüllkröten Brüllkröten ganz falsch gesagt So das muss einer von diesen höfen hier so da so der da so sein denke ich Weil hier oben drauf sind ja jetzt nicht so richtig höfe Also denke ich mal sowas da so die richtung Weil What else Where else who else Wollen wir doch mal uns hier umgucken Krauthof des alten Odo Hm Das hier ein Krauthof Vermutlich nicht Aber das da Ich sag mal möglich ist es auf alle fälle Bin hier aber glaube ich schon hundertmal her gelaufen oder? Ganz ehrlich Hier war ich schon hundertmal Hatte der Landeel nicht gesagt, dass sie irgendwo Froschmoor stätten und gehen wir mal hier auf die Seite gucken mal da Ich kann natürlich jetzt auch nicht Rausgehen und gucken auf der Karte Ich hatte jetzt mich drauf verlassen, dass der mir keinen Unfug gezählt hat, aber Offensichtlich Hatte das doch Du siehst das gerade Ja Nächstes Mal wie ich hier richtig antworte Ne, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich nur vertan Und das ist schon was ganz anderes Meinen die damit vielleicht hier unten das mit den Ne, das ist langfurcht Das Elbenlager Die Luchhöhe Ah, reiten wir mal darüber Vielleicht ist da ja noch ein Bauernhof Ich habe keine Ahnung Who knows, who knows, who knows, who knows Damit nicht mehr so viel Gemecker kommt Kommt ja eh nur von einer Person Aber auch hier ist eine Tür Das ist ein gutes Zeichen Das könnte, das sieht gut aus Ne, das ist ein Gegner Scheiße Doch, das war richtig Ha Geil Erkunder des Auenlandes Drei Fehlungsdränke 130 Zeichen Und fünf Punkte Ach, hier kommt man ja auch ganz am Anfang Kommt man auch ganz am Anfang vorbei Ja, ich erinnere mich im Prolog Und die Tat abgeschlossen Erkunder des Auenlandes Ja, perfekt Jetzt haben wir noch Leben eines Grenzers Und dann Taten im Auenland Leben eines Grenzers abschließen Das mit den Kuchen Und dann Auenland Braumeister Ich weiß nicht, wo ich das herkriege Leben eines Grenzers Und 53 Sackfutter Hm, alle weit weg, ne? Scheiße Äh, hab ich nicht gesagt Ich würde nie solche Kraftausdrücke benutzen Äh, äh, äh Ich doch nicht Was ich vorhin eigentlich erzählen wollte Hab ich gar nicht gemacht Ist natürlich jetzt auch wieder Total intelligent gewesen Ich habe mir ein, äh Ein Bild organisiert Mit allen Gambits Weil ja hier nur gemeckert wird Dass ich die Gambits nicht können würde Ich kann sie auch nicht Ich klicke einfach immer wahllos drauf los Und deswegen, naja Ist halt einmal nicht so gut gelaufen Weißt du Da stirbt man einmal In 20 Leveln Und dann ist man direkt hier wieder Der Noob vom Dienst Schlimm sowas, schlimm So, ich muss ja irgendwann noch mehr Komische Quests geben Blöd, dass hier so wenig, äh Von dem Festtag Generell so wenig Irgendwie gibt Normalerweise waren wir viel mehr Zumindest Also, naja gut Ist ja eben Breland Aber trotzdem Ich habe 10 und 11 Schildmünzen Die kann ich später umtauschen Wenn ich mich recht erinnere Äh, ein Sack Futter Okay Äh, wisst ihr was Ich hätte vielleicht die hier auch mal Buckelstadt Ach, wer weiß wo die sind Machen wir mal hier die Leveldinger weiter Ist egal Und wir nehmen das mit dem Wisst ihr was Wir machen das jetzt einfach Ja, das war ätzend Aber wir machen das So Frau Hornblazer Durfte ich kurz mit euch sprechen So Was mache ich damit Zum grünen Drachen Wo ist denn der grüne Drache Scheiße Der grüne Drache Wo war der denn nochmal Verdammt Wo war denn nochmal der grüne Drache Der grüne Drache war hinten, ne Was ist das? Hungrige Hobbits Ach du Jemini Ähm Zum grünen Drachen Ein Wasserau Wasserau Äh Wasserau Doch, Wasserau war hier, ne War hier nicht direkt gerade hier Oder bin ich jetzt einfach echt zu blöd War doch hier Ich meine ja Ansonsten muss ich es halt nochmal machen Gleich Ich meine aber Ich habe recht Hier war doch Das hier ist doch Wasserau, ne Homming, Wasserau Ja Wollte ich doch sagen Dann war doch richtig Mein Orientierungssinn ist ja doch noch nicht ganz kaputt Ähm Achso, ich muss zu dem Ah ja Hast du groß Allerdings etwas Ähm Okay Und jetzt war doch mal nicht die Quest Wo der Alten dann auffällt Äh War doch nicht ganz so gut gemacht Da war irgendwie, äh Schlecht Und dann musst du die alle einsammeln wieder Meine, ich war so In der Questline Ich meine, es war so Aber das mit dem Braumeister Ich habe keine Ahnung Wo ich das Die Quest herholen soll Wo startet die denn? Ich habe nicht die leiseste Ahnung Das soll schon was heißen Wenn ich mal nicht Ne, zumal ich habe ja Habe ich ja alles schon mal gehabt Also das mit den Obwohl, das hatte ich vielleicht auch nicht So Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Lobelias Kuchen Nehmt ihr Kuchen Äh Wo ist die denn? Auf der Festwiese Klar, wir laufen noch auf Festwiese Kein Problem, Mann Kein Problem Müssen wir uns beeilen Sonst kommt der andere Seht ihr das? Ein Sack Futter Ist völlig die falsche Quest Aber ist egal Die machen wir gleich am Rückweg Dann haben wir nämlich noch eine mehr Wie viel haben wir jetzt? 54 Ja, da geht noch was Mit 54 Aber das ist schon mal ganz gut Da sind wir schon mal auf einem guten Weg Das kann man schon mal so sagen Von 54 bis 75 Ist jetzt nicht mehr so weit Das heißt, wir haben das auch bald Dann endlich mal Abgeschlossen So, Fest Baum Hat die Festwiese Die sagt, Festwiese, ne? Scheiße, oder? Da hinten ist die Quest Oh, bitte lass sie das sein Ach doch, da ist die Opal Oh Gott Ich hatte jetzt Festwiese Die wäre nämlich ganz woanders Zack Gebt her Probier ich ihn mal Und die muss jetzt Ah ja, genau Ihr Kuchen ist missraten Da wollen wir uns um kümmern Und jetzt muss ich die nämlich alle wieder einsam Den ganzen Auenland Yay Schreibt einer von wegen Ob das Fest verlängert wurde Und die Antworten gerade mit Zeitzone Das heißt, eigentlich ist wohl heute letzter Tag Heute letzter Tag vom, äh Jubiläumsfest Also brauche ich mir gar keine Mühe mehr machen Weil das schaffe ich da nicht Sack tragen Bring den Futter aus Das klang, äh Ja Wird mir glücklicherweise auch auf der Karte angezeigt Waltra Hallo Waltra Ähm Das ist die Heidehornbläse Aber da muss ich gleich erst hin Besser der Post backen Ich muss aber zu jemand anderem Ich muss Zu Belko Dachsbau Der dürfte in Dachsbauten sein In Buckelstadt sein Genau in Buckelstadt Ah ja, ah ja, ah ja Ach, da wird er dauert hier Ey, immer diese Laufquest Was hab ich da in der Hand Ach, ein Sack Guck mal hier Boah, der macht aber richtig schön Krass die Muckis hier Was hat der für eine Oberarme hat Wenn er fertig ist mit dem Weg Oh, wie dämlich der läuft Guck ich da mal an, ey Wie Panne das aussieht Sieht, glaub ich Die schlechteste Animation Die ich hier gesehen hab Sieht so bescheuert aus Meine Fresse Denkt sich denn sowas aus So, bitteschön Herr Dachsbau Wann hast du denn noch? Ich bringe noch den Gründungserlass zu Schieß mich tot Mach ich auch Kein Problem Ich bringe alles Zu allen Und wenn ich da alles habe Das erste, was ich dann mache Ist nämlich alles, was ich dann noch habe An Quiz erst mal abbrechen Bei dem brauche ich dann Quatsch Brauche ich dann nämlich überhaupt nicht mehr Wo warte ich gerade hin? Der verbannte Wolf Äh Nidup Kleinbau Ah ja, ich weiß, wo der ist Den weiß ich doch, wo der ist Der liegt da irgendwo rum Den haben wir aber gleich Hübsch, die die Bäume hier auch sind Das für ein Startgebiet, was jetzt acht Jahre alt ist Ist ganz okay Können schlimmer sein Können schlimmer sein Ich hab's ja damals schon erzählt Die ersten Gebiete sind von der Grafik her auch deutlich schlechter Als die späteren Gebiete Weil die die neuen halt nicht überarbeitet haben Äh, die alten nicht überarbeitet haben Und deswegen sehen die alten Gebiete halt aus Wie sie vor acht Jahren ausgesehen haben Und die neuen Gebiete Sehen halt ein wenig zeitgemäßer aus Ich fürchte fast, dass ich da noch nicht mehr Auf Ultra mit 60 FPS aufnehmen kann Aber das wird sich zeigen Werden wir da mal hinkommen Wenn Vor allen Dingen Werden wir da mal hinkommen Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre So, hallo, Herr Kleinbau Dich nehmen wir mal mit Hallo Köder beseitigen Ah, ja Was? Gescheitert? Wieso gescheitert? Was für gescheitert? Hä? Was denn ist gescheitert? Muss ich da verstehen Was jetzt gescheitert ist gerade? Ich habe keine Ahnung Was das jetzt sollte Ich habe vor allen Dingen auch keine Ahnung Was jetzt hier abgebrochen wurde Hm Ich weiß es nicht Ich weiß es wirklich nicht Hm Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Okay, laut Dem Chat Links Unten scheint das Jubiläumsfest jetzt gerade offiziell Zu Ende zu sein Weil wir jetzt nämlich 4 Uhr haben Und selbst mit Zeitzone Ist nämlich jetzt Das Ganze dann auch vorbei So Äh, ja Ich hätte das gerne alles nicht Ach, und ich sehe gerade Äh, ist Die, die Folge ist vorbei Ja Ich sage mal Wir sehen uns In, äh In der nächsten Folge Die dann morgen schon erscheint Und bis Dahin sage ich mal Noch einen schönen Abend Oder eine schöne Nacht Oder einen schönen Morgen Wann auch immer ihr das guckt Und Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.